Staatstragender werden, sagt Poggenburg. Die Frage, die sich uns stellt, wie viel Protestpartei soll und muss auch künftig in der AfD vorhanden sein und wie viel Regierungsanspruch muss eine kommende AfD darstellen Anträge vom rechten Flügel der Kampf ums Personal und die Richtung zeigt noch immer herrscht in der AfD Uneinigkeit darüber, wie scharf rechts man sich künftig positionieren will. Auch ein Blick in das vorläufige, 177 Seiten umfassende Antragsbuch liefert Indizien für die brüchige Statik der Rechtspopulisten der Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz, ein Vertreter des rechten Flügels, will AfD-Politikern Doppelmandate verbieten. Damit zählt er gegen Parteichef Meuthen. Seitz kommt wie Meuthen aus Baden-Württemberg und hatte diesem jüngst schäbiges Parlament Shopping auf seiner Facebook-Seite vorgeworfen. In einem Antrag des Höcke-Freunds Thomas Matzke aus Nordrhein-Westfalen wird ein Unvereinbarkeitsbeschluss zur alternativen Mitte am verlangt. Die AM hatte sich im Sommer als Gegengewicht zum rechten Flügel gegründet. Matzke hält der AM vor, sie habe im Wahlkampf die AfD behindert, beschädigt und belastet. Matzke will auch strengere Regeln für Neumitglieder und zwar für solche aus Union, SPD, FDP, Linken oder Grünen, die nur vordergründig Interesse an der AfD oder einem politischen Wechsel hätten, tatsächlich aber primär mit bzw. über die Partei Geld verdienen oder ihr privates Auskommen sicherstellen wollten. Pikant Matzke selbst wurde im Oktober aus der NRW AfD ausgeschlossen, hat dagegen aber Einspruch erhoben. Der bislang nicht belegte Vorwurf seiner Gegner, er habe bei zwei Veranstaltungen Spendengelder aus einem Sparschwein entwendet. Der sächsische Bundestagsabgeordnete Detlef Spangenberg fordert unter dem Titel Diskriminierung des männlichen Kindes Stoppen ein Beschneidungsverbot, was gegen muslimische und jüdische Kinder zielt. Gleich drei Anträge legt der baden-württembergische Aftmann Wolfgang Gedeon vor, und zwar gemeinsam mit vier Aft-Landtagsabgeordneten seiner Heimat. Dabei war Gedeon einst wegen antisemitischer Thesen aus der Stuttgarter Landtagsfraktion ausgeschlossen worden. In den Anträgen werden Verschwörungstheorien gepflegt, so heißt es in einem Papier zur Außenpolitik, sowohl die ethno-duralistische Durchmischung als auch die Islamisierung Europas entsprechen amerikanischen Interessen. An anderer Stelle hält Gedeon der Bundesregierung gar vor, eine neue Antisemitismus-Definition übernommen zu haben, die eine Einschränkung der Meinungsfreiheit via regelrechten Meinungsterror im Hinblick auf jüdische Themen darstelle. Welches Maß an Misstrauen und Uneinigkeit in Teilen der Partei herrscht, zeigt auch ein Antrag rechter Mitglieder zur AfD-nahen Parteistiftung, der 2016 gegründeten Desaitrio-Serasmus-Stiftung. Es geht nach dem Einzug in den Bundestag um künftig viel Geld und Posten, wie aus dem Papier von fünf AfD-Politikern, darunter der Bundestagsabgeordnete Thomas Salz und die Vizelandeschefin aus Rheinland-Pfalz, Christiane Christen, herauszulesen, ist um jährliche staatliche Zuwendungen von über 60 Millionen Euro. Allein die immense Höhe der Zuwendungen zwinge zu maximaler Transparenz. Demgegenüber, stellen die Autoren fest, habe sich die Gründung und Tätigkeit der Stiftung bislang jedoch weitgehend konspirativ abgespielt. Trotz der notwendigen Parteiferne seien fast ausschließlich Parteimitglieder mit einer Mehrzahl hochrangiger Funktionen daran beteiligt. Die Mitgliederliste, monieren sie, sei ebenso geheim wie die Satzung. Zusammengefasst der AfD droht beim anstehenden Parteitag am Wochenende in Hannover Streit über die künftige Aufstellung der Parteispitze. Es gibt Forderungen, statt einer Doppelspitze auch einen Solo-Vorsitz zu ermöglichen. Kandidat dafür wäre der bisherige Parteichef Jörg Meuthen. Allerdings gibt es Widerstand, so will Fraktionschef Gauland die Doppelspitze beibehalten. Auch gibt es Streit darüber, wie scharf rechts man sich künftig positionieren will. Die Doppelspitze beibehalten. Die Doppelspitze beibehalten. Die Doppelspitze beibehalten.